ok den haben wir doch eben schon gesehen den netten hier die verlorene stadt in den speckberg als drecks auf wenn dann gerade so ein ding von sich hat bestimmt da bist du tot? ganz? flimmer? kommt sie herunter? ne oh, weggetreten oh, ne spikies, lass ihn fast noch mal ne, nicht wenn er oh oh, nein was denn? wir haben keine Leben mehr wie, wir haben keine Leben mehr? wie kann das denn bitte sein? oh, nein was ist passiert? wo sind wir denn so oft gestorben? oder zählt auch, wenn einer von uns runterfällt das ist wahrscheinlich dann direkt als tot naja, dann kriegen wir natürlich eine ganze Menge Leben durch oh, man jetzt habe ich ein Problem mal gucken, wo du 18 Münzen herkriegst geh mal am besten ah, 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 hier hoch wie verbringt ja jeder von denen erstmal ne Münze? oder? oh, es geht mit Münze oh, es geht mit Münzen oh, es geht mit Münzen vorsichtig hier rein ja ja man, nun kriegen wir den jetzt nochmal oh, mein, oh, mein ok oh, oh, vorsicht ich habe eine Idee, wir machen erstmal die kaputt vorsicht warte, mach dir hier erst kurz jetzt können wir in Ruhe alle Knöpfe drücken geben tadaaa wunderbar und wir haben auch schon wieder 5 Münzen fast wieder ein Leben zusammen fast wieder ein Leben zusammen oh, Gott mit so einem Ding da drauf, was immer am Rand hängen bleibt muss roll weg rüber und rüber gut weißt du was? ne das finden sie anscheinend lustig genau, jetzt zwei davon und hoch und der hier wie man so ein paar mal öfters auf den Kopf springt von denen, ne ich glaube ich, man muss 8 oder so was machst du da mit ihm? ich krieg's nicht hin oh nein ich bin voll gegen ihn gerade wenn man 8 8 mal springt oder so dann kriegt man auch ein Leben oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott na gut muss, muss gehen wir müssen jetzt los oh, da ist auch noch ein Ring oh Mieter Katze nein weg war's weg ist die Mieter Katze ok, vielleicht gucken wir mal, ob ich zum Ziel komme boah, ist auch noch so? wat? oh nein oh, ich sterbe ich seh mich ich seh mich sterben ich seh einen Stern ich bin tot scheiße oh nein und jetzt? oh, Game Over Mario Caputo jetzt müssen wir wahrscheinlich von ganz vorne anfangen nein nein vielleicht gehen wir nochmal 3 neue wo uh wuuu Wenn du deinen Versuch verlierst erscheinen die tot- und glückshäuser wieder an ihren Plätzen sicher werden sie dir bei deinem Aachteur helfen ja Sucheins ok am ende kriegen wir bestimmt in so einer statistik sind dreimal gestorben ja alles was wir brauchen was möchtest du sein auf geht's und dann lass es zu so einem glücksspiel noch mal anstrengen jetzt bin ich auch frisch was ist los okay Geht doch. Puh. Schon mal gut. Schon mal wieder sieben Leben dazu. Oder sogar acht vielleicht. Hatten wir noch ein paar Münzen? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber 99. Wenn wir noch eine finden, haben wir noch ein Leben. Theoretisch könnte man jetzt auch in die anderen Welten gehen und das genau das gleiche machen. Theoretisch. Was machen? Nein, Moment. Wir haben jetzt wieder 17 Leben. Das könnte für das eine Level reichen. Ja, wir haben nicht. Wir waren noch unvorbereitet. Wir wussten gar nicht, dass die Leben so schnell zu Ende kämen. Also wir konnten gar nichts dafür. Das war ein technisches Versagen. Auf geht's. Hey du. Ha. Direkt das Leben. Quatsch. Quatsch. Nein. Nein. Ja, du kannst dich ja glaube ich besser durchkämpfen. Oh ja. Und eins nehmen wir noch mit. Haben wir noch mal eins. Ja. Wollte eigentlich selber laufen. Nein. Eins haben wir noch. Müssen wir hier wieder rein? Ja, ja. Wir haben ja nichts jetzt. Wir sind ja gestorben, bevor wir am Ziel waren. Da. Miau. Vorsicht, da kommen noch so Dinger angefahren. oto Dinger? Gehen, 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 gehen! Bimm. Bimms! Muh? Schneller? Nein gut. wir brauchen hier die münze das war ungeschickt aber es ging hier drauf hat sie den 1 stern eben gesehen der da auf so einer anderen platte dann war das eine glückchen fast gestorben ist aber auch das kant unterwegs hier kommen wir erstmal ruhe drauf lassen wenn ich die ringe so einsammeln ja was ich komme gleich nach und da ist nämlich noch gern der dritte nein müssen wir noch mal machen hier kommt jetzt einfach ziel einfach da und du kannst das von hier schaffen oder du schaffst du denkst ich weiß nicht klar dann kann ich auch gerne daneben fliegen das ist doch gut jetzt müssen wir nur noch mal da rein das wird kein lieblingslevel das ist kacke disqualifiziert sich nahezu als lieblingslevel wo war denn noch was keine Ahnung das war dann müssen wir zwischen der röhre und den hin und her schwingenden platten sein na gut vielleicht ja da so ganz nett irgendwo nach vorne laufen auch mein wo werden die hier gegrillt hab ich wieder doch ich auch feuer komm 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 ich mach das von hier was ist das was ist denn da so bring du da mal gegen dann kommt dann wie zekrten trotzdem erst mal ein pilz wenn du jetzt groß bist musst du jetzt ja trotzdem einfach okay okay auch nicht elendig es ist schon mal nix das ist so ein torbogen ich kann aber nicht vorstellen dass da unten drunter halt sein soll weil wie willst du da jemals wieder zurückkommt ich weiß es nicht ich wusste wird die fahne weht da oben ist ne da oben ist sowieso die welt weiter große verwirrung da oben kam es gleich schon nicht so lange halten das sieht gut aus da oben oder vielleicht doch irgendwas kannst du noch mehr laufen warum sollte es uns gerade ein glöckchen geben weiß ich nicht ja da ist er wo bist du ich stehe noch du stehst da noch alles klar jetzt müssen wir nur noch ins ziel in einer Minute ich war noch kurz auf dich naja ich wollte ihn töten und bin dann ihn vorbei gekullert ach man muss auch mal ein bisschen anspruchsvoll sein nein ich mag das auch nicht mit den stacheln die ganze entgegen kommen oder stacheln rollen oh wir haben nicht gern ja was ist hier vorne den stempel hatten wir auch schon oh nein sind hier noch nur die stempel den suche ich jetzt aber nicht das können wir auch später vielleicht machen hm was ist in der röhre weiß ich nicht ein fieser und ein feld wo wahrscheinlich noch eine welt kommt das erste versteck der feuerbrüder hm 100 sekunden schaffen wir ganz knapp ich habe 8 sekunden gebraucht ja ok ging hau du 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 komm geh weg bam das heims bonuslevel ach wieder so ein häuschen wo eine fehl drin wohnt ich denke ich denke ich denke ich denke natürlich was hat er eben an der einstelle so blau geleuchtet ich habe gedacht das wert der wäre da gewesen ja eigentlich ja bis wir alles haben das gute ist beim stempel weiß mal wenigstens nicht wo der sein könnte könnte auch direkt am anfang von seien man läuft bei mir ja dort warum weil ich von unten an den langen ich habe gedacht ich wäre oben ich bin von uns vor also mit gatte einsammeln habe ich gerade auch dran gedacht bitte bitte jawohl hätte man aber sogar hingehen können und mann warum haben wir das denn nicht gesehen na gut egal der lange behalten ich versuche mal mit von oben darauf doch vielleicht gibt es da mehr Wollen wir nur noch kurz zum Ziel Was machst du denn? Das sah aber elegant aus Vorsicht, wir sind noch gar nicht drüben Das hast du sehr elegant gelöst Muss man ja sagen Ich kann nicht ohne meine Krone Das Level hat viele Leben gekostet Oh Gott, ich schaffe es nicht Oh nein, oh nein, oh nein Bring ich in Sicherheit Oh nein, bleib da Warte, bin gleich hier Oh nein, ich habe nur noch zwölf Leben So, bin ich wieder Oh Oh Gott, das ist verletzt Halte durch Ja Ich gebe mein Bestes Nein Warum bist du denn nicht rausgekommen? Weil da die ganze Zeit die Stacheldingen unter mir waren Okay Und es ist schon mal beschwert, dass ich so eine blöde Aktion mache Ja, aber du hättest ja einen Schaden nehmen können Und du hättest überlebt Nein, alles gut So, nächster Versuch Mario, Mario Oh nein, da muss man eh spielen Hä? Lass mich ruhig ein Und das nehme ich auch direkt wieder groß Und ich nehme Ruhe Oh Mann Ich springe aber auch immer nur einen halben Meter oder so Oh nein, ich mache eine Stammattacke Warum mache ich eine Stammattacke? Ich wollte weit springen Egal, wir sind so gut wie da, ne? Ja Oh yeah Oh, ich wollte ihn umrollen Ging nicht Man kann ihn nicht umrollen Er ist zu dick Tadam Guck mal, auch kleine können das schaffen Reicht Reicht? Okay Ein blödes Level Wir haben es aber auch öfters gemacht Ja gut Ja gut